So, wurde begonnen. So, gut, lass ich das jetzt erstmal so. Ich weiß nicht, Gesamtlautstellen mache ich eigentlich niedrig. Nicht, dass das so laut ist, Alter. Ich hoffe mal, ich gucke jetzt mal kurz. So, da sind wir. Oh, der bremst nicht. Eingabe. Alles richtig eingestellt, bla bla bla. Der Spiegel nervt. Warte mal, wie spiel doch mit innen. Okay, warte mal. Hey, warum bremst der denn nicht das scheiß Ding? Ich muss mal meinen Ton kurz gucken, ob das hier alles seine Richtigkeit hat. Ich kann das mal an diese Audio einstellen. Die Scheiße. Wir machen das mal. Ja, keine Ahnung. Wir lassen das so, weil ich hab jetzt keinen Bock. Ich werde das ja sehen, wie das läuft. So, warte mal. Morgen, da wie. Das war, genau. Wir starten wie immer in der Heimat. Ist ganz logisch. Und dann fahren wir jetzt erstmal unsere 7 Kilometer. Unser Standard-Anfangsauftrag. Äh, von Berlin nach Berlin. Ja, gut. Ja, gut, ne? Warum nicht? Ja, witzig. Ja, witzig. Ihr kommt ja nicht hier durch. Das Navi zeigt... Ja, wow, ihr zeigt... Navi, du bist eigentlich total scheiße. Ey, der LKW, der fährt sich wirklich wie der letzte Rotz hier. Oh, das ist auch noch rot, ey. Das muss der wieder kommen. Und der bremst einfach nicht. Diese Rotz-Jurike. Toll, hier sieht die Ampel. Hallo, Ampel. Achso, da. Okay. Ups. Rückwärtsjagen drin, ja. Ah, die Ampel. So, ich hoffe mit den Einstellungen, da müssen wir gleich nochmal gucken. Erstmal machen wir kurz den ersten Auftrag. Ist ja am Anfang immer so, Startkapital 2000 Euro. Warum denn auch nicht? Das kann man ja mal machen. Ey, warte mal, kann ich nicht eigentlich... Warte mal, ich brauche doch diesen Bogen nicht fahren, oder? Ich dreh hier einfach. Scheiß drauf. Ich dreh hier einfach. Ich hab jetzt keinen Bock hier diesen, diesen ewigen... Oh mein Gott. Ich hab keinen Bock, diesen ewigen Bogen hier zu fahren. Das ist ja sinnlos. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ey, wir spielen hier genau mit der ProMod 2.50. Die ist erst vor kurzem rausgekommen. Und... Blinken, Vorbildfunktion. Ich hatte schon mal ein Let's Play gemacht gehabt, aber... Das ist mir in die Lappen gegangen, weil irgendwie mein Account weg... Das war aber knapp im Kolee. Äh, weil mir mein Account weggegangen ist und... Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich muss mir jetzt hier wieder ein bisschen blinken. Blinken ist ganz wichtig, Freunde. Lange nicht gespielt. Hallo? Hallöchen. Junge, da ist doch noch ein Meter Luft. Was ist denn jetzt hier los? Oh, da ist doch ein Meter Luft gewesen. Was ist denn jetzt hier dein Problem? Meine Jut, geht ja schon wieder gut los hier, ey. Gerade angefangenes Spiel schon wieder Scheiße bauen hier, ne? Kommt der hier hoch? Ja, wie viele Tonnen haben wir denn überhaupt? Oh, warte mal. Jetzt mache ich da in die... Ähm, wir haben 17 Tonnen Fischstäbchen. Alter, die hängt mir jetzt dann erst hier jönnt. Digga, das geht ab. Da sind meine Fischstäbchen mit bei. Schöne Kabine übrigens. Hier fällt Papa. Ich habe allerdings noch was vergessen. Äh, das muss ich gleich noch ein... Ich muss gleich noch ein paar Einstellungen machen, aber... Das ist erstmal nur der Anfang. Ihr seht, ProMods, das ist ein bisschen anders. Jetzt da alles hier, also ein bisschen überarbeitet die Map und sieht schöner aus. Wir hatten damals ein Let's Play gemacht, da hatten wir auch eine ProMods, aber etwas älter war die Version. Und ja, da gucken wir erstmal. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal den ersten Auftrag hier machen. Schneller als 90 können wir nicht fahren. Ja, ich werde gleich noch ein paar Einstellungen machen, das war halt um ein bisschen... Ja, ist nicht ganz realistisch, denn... Aber ich will auch noch, äh... Bußgelder ausstellen, weil das ist wirklich... Das ist... Das ist kacke einfach. Wir können natürlich uns auch an den Verkehrsregeln halten, aber... Wer mich kennt, mit meinen 50 Blitzerfotos am Tag, ähm, ja... Da können wir natürlich auch anders, ne? So, dann gucken wir mal. Links, rechts kommt nix. Oh, der kommt hier... Kommt der hier rum? Passt, ey, wie aufs Auge, äh, abgepasst. Genau. Da ist schon das Ziel, ja, sei ja, ist ja nicht weit weg. Wie gesagt, wir fahren jetzt von Berlin nach Berlin. Äh, jo, ist ganz schick hier eigentlich, ne? Haben sie cool gemacht, muss ich sagen. Ähm, ja, bis wir uns einen eigenen LKW natürlich kaufen können, dauert natürlich... Wir haben Weichen, ich seh die Ampel jetzt nicht. Hallo, Ampel? Ja, jetzt seh ich... Ah, der Spiegel ist davor. Jetzt seh ich dich. So. Natürlich wollen wir uns daran noch halten, dass wir bei Rot stehen bleiben. Würde mir nicht immer gelingen. Werdet ihr aber auch noch erleben, wie ich fahre, meine Fahrkünste, ne? Ich bin ja jetzt hier nicht der beste Trucker. Warum hier komme ich? Ich dachte, ich reiß jetzt das Auto hier mit. Aber hat super geklappt. Ja, genau. Gut, da hätten wir schon ne Ziel. Wo wären denn das hier? Ach, bei olle Transi wieder. Was will denn der jetzt hier mit F5 schon wieder? Man, nehmen die auf den Sack. Hier bei Transi, nett, genau. Bei der Transi müssen wir das abgeben. Okay. Gut, Freunde. Dann haben wir den ersten Auftrag geschafft. Und ich werde jetzt erstmal ein paar Einstellungen nochmal... Ne, das... Oder... Wir versuchen es mal. Wir wollen ja ein paar RP und so, ne? Dass wir... Um das Parken... Nein. Nein, nein, nein. Irgendwann ist das nicht so. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Das mache ich glaube lieber mal mit der Außenansicht. Das ist mir doch ein bisschen zu schwierig sonst. Das kriege ich so eigentlich... Ganz gut hin, wollte ich gerade sagen. Äh, ja. Sehr gut hingekriegt. Auf jeden Fall. Front ist schon mal Schrott. Äh, okay, okay, okay. Ganz vorsichtig. Reicht das? Das reicht. Ja, gut. Mal ein Stück vorne und dann... Also die Bremsen sind ja wirklich... Ja, muss ich gleich noch ein paar Einstellungen machen. Gut, perfekt. Achso, Themen. Absolut. Okay. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen... Äh, wir sehen uns gleich wieder. Natürlich ist der Part noch nicht zu Ende. Neuling. Natürlich. Null, Level Null. Äh, natürlich zert Part jetzt noch nicht zu Ende. Äh, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss noch ein paar Einstellungen schnell machen und dann passt das schon. Genau. Also, Freunde. Bis gleich. So, jetzt kannst du kurz quatschen. Ich muss ein bisschen... Ich habe mal wieder Lust einfach ein bisschen zu spielen, Sammy, wa? Ja.